Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Story of Thor. Das letzte Mal habe ich ein bisschen rumgeraged. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Auf geht's. Ah, doch nicht. Okay, ich dachte, uns würde der letzte Boss jetzt erwarten, aber Ali springt einfach mal wieder. Das Springen hier ist echt ein bisschen... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ist okay, äh, nicht ins Loch springen. Ja, ist gut, ist gut. Herrschaftszeiten, so. Also. Zuerst haben wir... Nein, wir haben Dünen zuerst bekommen. Au! Ich denke mal, wir sollen die Reihenfolge angeben, in der wir die Geister bekommen haben. Erst Dünen. Dann Ifrit. Dann Sch... Dann Loch. Dann Schatten. Danke. Und dann... Bogen. So. Was ist jetzt passiert? Ich bin jetzt hier aufgegangen. So. Geh mal kurz weg. Dünen, heil mich nochmal. Mann. Danke. Oder ist es einfach die Reihenfolge? Wasser, Feuer, Staten. Natürlich auch. Ich warte gerade noch ein bisschen auf mein Mana. So. Bekommen im Nichts, goldenes Amulett. Dies ist die Grenze zwischen der Schattenwelt und der Welt der Menschen. Hier kannst du die Kraft des Amuletts nicht gebrauchen. Es ist das Ende deiner Reise. Was? Okay. Dann... Okay. Wenn du mir überhaupt kein Schaden. Hm. Sehr seltsam. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Scheinlich muss ich das mittlere Ding, die Stieren, treffen. Aber ich weiß nicht wann. Thorneauge? Wahrscheinlich. Au. Oder muss ich die Dinger auf dem Boden vielleicht im Amulett treffen? Dann... Hmm. Hm. Ah! Ich verstehe diesen Bosskampf nicht. Okay, jetzt haben wir ein... Ah. Okay, ich muss mit dem Amulett. Muss ich eins der Augen treffen. Ah. Ouch. 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 Ah. Oh Whoa Oh Oh Reden wir was Wie treffe ich den jetzt kaum noch Die Animation dauert auch so unendlich lange Dazu die ganze Scheiße die noch rumfliegt Jawohl Danke So Auge zu Auge auf Jetzt darf ich nichts machen Weil mich Ja Noch schöner Boah Aber Wir machen Wir schlagen uns gar nicht Binde ich Wir machen uns 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 Ja, wir haben das Ding, was auch immer es war, zerlegt. Drei Augen, das... Oh ja, schön. Erstmal speichern. Ja bitte. Ja. 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 Ah, so. So. Dinger brauchen wir nicht. Aber dich will ich frei haben wieder. So. 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 Das war's. dadurch ich glaube ich weiß ich Oh, ja. Ich habe keine Ahnung. Hier ist die Gestaltung. Ein Happy Bombeleger. Okay. Wo ich denn da auflasse Freude drauf? Ich war wieder ganz am Anfang. Okay. Okay. Wir sind ja hier. Ich habe keinen anderen Weg. Aber wie? Ja. Ja. Äh. Wer keine Ahnung hat, schreibt mir die Haare. Ich stelle jetzt so spontan gar nichts ein. Ich habe keinen Freund bekommen. Jetzt habe ich einen Moment. Oh. Oh. Hm hm hm. Ah, Moment. Ich hab gedacht hat sich dann hier oben vielleicht irgendetwas ändert. Aber dem ist doch auch nicht so. Ja Leute, ich stehe jetzt, äh, jetzt stehe ich wirklich an der Wand. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, wir speichern hier genau an dieser Stelle einmal ab und sehen uns das nächste Mal hier wieder. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Ahnung dann. Wir sehen uns, auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.